Ja, Brutal Land braucht uns. Und so machen wir uns auf den Weg. Äh, ja. Äh, by the way, was mir eben noch, äh, was ich eben vergessen hab zu sagen, also, für mich ist eben halt noch die letzte Folge. Sie hat ja jetzt zwei Schwerter, aber eins hat sie ja zurückgelassen, also, warum hatte sie drei Schwerter dabei und wo hatte sie das dritte versteckt? Jetzt mal ganz ehrlich, die hat ja da nicht viele Möglichkeiten, oder? Naja, und warum drei Schwerter? Ein Soros-Fan, oder warum? Ah, ja. Ja, und diese, ja. Ach, mein. Dieses, so ein Spiel, einfach mit einer elektrischen Gitarre ohne Verstärker zu spielen, bringt bei mir richtig, ähm, Gänsehaut hervor. Einfach, weil ich damit richtig geile Erinnerungen verbinde, ähm, weil mein Vater hat für sein Leben, äh, gern, halt, äh, mit seiner Gitarre gespielt. Und eben auch des Öfteren einfach nur so quasi akustisch. Und, ja. Wenn man das dann, wenn man sich dann so an seine Kindheit wegen sowas zurückversetzt fühlt. Schön. Einfach schön. Teufel auf Abruf. Halte Kuh und Bälle das Teufel auf Abruf-Solo aus dem Menü aus. Dieses mächtige Riff ruft dein Teufel herbei. Ja, trifft dich bei den Minen mit Last. Da hinten also. Und ja, es sind einfach riesige Scheinwerfer. Ähm. Kann man ja mal kurz, ja. Unser Toolbuch ansehen. Was gibt's da? Verschiedene Einheiten. Die, wovon wir noch nichts wissen. Kombos. Kann man hier nachschlagen. Ist halt das gleiche, was man eben auch gelesen hat. Ähm. Solos. Und die Welt. Ähm. Kommen wir später nochmal genauer zu. Okay. Ähm. Genau. Jetzt haben wir hier auch nichts, wo wir ein Relikt mit bestellen könnten. Deshalb ist das rot. Aber den Teufel können wir herbeirufen. Yeah. Bam. Boom. Okay. Äh. Achso. Äh. Bevor jetzt jemand Peter anrufen möchte, ja. Die Fischer können ordentlich Schaden machen, hier. Diese Stachel, Igel, whatever. Ever. Okay. Okay. That'll teach you. Time to raise hell. ja und man kann es reiten das hört sich ein bisschen an wie eine kreatur aus star wars ist aber im gegensatz zum teufel nicht ganz so beweglich also der teufel wäre da eben hoch kommen und die fücher die sind echt aggressiv und richtig stark haltet euch von denen fern aber die die drachen hier die rettet ihr bitte wir werden auch noch er wird erklärt bekommen warum die dämonen in sm kleidung durch die lande ziehen wobei es halt auch also einfach die pyro machen halt lange die rechte maustaste gedrückt lange die rechte maustaste gedrückt halten dann geht es den gut so genau was ich sagen wollte ist einerseits außerhalb des spiels natürlich eine anspielung darauf dass die das metal hat viele auch hier kann man aufmachen viel ihrer kleidung halt aus dem sm bereich haben aber auch innerhalb des spiels wird es halt anders erklärt und ja und wenn spezielle orte mit diesen genau mit diesen teufelstornen gezeigt ja kommen wir mal kurz gucken gefesselte drachen niemand weiß wem oder was diese antiken statuen gewidmet waren aber da du wikulus die alle gefesselten geknebelt hat muss es schon etwas ziemlich übles gewesen sein für jeweils zehn gefesselte drache die du mit pyro befreist gewähren die die metal götter ein bruchstück von armor goldens unsterblichen kräften dazu zählen die erhöhung deiner maximalen gesundheit deiner gesundheitsregenerationsrate sowie deiner bewegungsrate und sogar boni auf die gesundheitsregeneration und den verursachten schaden verbündeter in deiner nähe ja was man genau aber immer bekommt muss ich leider sagen kann ich euch nicht sagen so aus dem ff weil es wird leider nie gesagt also das ist echt schade aber man kann es im internet einfach nachschauen von daher ist okay und feuer tribute feuer tribute sind himmlische lichter uralte flammen die für die metal ballade brennen die am ende der welt als zugabe gespielt wird wenn die metal götter mit deinen taten zufrieden sind verleihen sie dir feuer tribute die du in der motoren schmiede gegen kräfte und upgrades eintauschen kannst um die tribute zu verkündet zu verdienen kannst du primär und sekundär missionen abschließen gefesselte drachen befreien aussichtsplattform aktivieren verschüttetes metal heben super sprünge finden und legenden entdecken ja ich glaube mehr muss man dazu jetzt am anfang auch nicht sagen das heißt genug ist es ist zeit und recht toll und die öffnen sich halt nur wenn man im wagen sitzt und ich verfehle direkt jetzt aber rein da ja 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 Hahaha! Hahaha! Na, es ist jetzt schon Zeit. Nicht schlecht. Sieht, dass du die Instruktionen herauskommst. Du hast ein paar Demon-Flesh auf dem Bumper. Ja, aber das ist wie der Welt ist heute, ich bin. Wer... Oh, mich! Oh, ich bin niemand. Ich bin nur ein Guardian of Metal. Oh, wow, great. So, du willst mir helfen, die Demons zu kämpfen? Na, ich bin nicht ein kämpfer. Ich bin eher ein, was soll ich sagen? Ein Keeper von timelessen Secrets. Das ist alles. Probe dir selbst wertvoll. Vielleicht werde ich ein paar mit dir. Zum Beispiel. Du kennst, dass du das Welt war, von einer alten Rache der Titanen war? Nein, sie waren etwas. Sie haben jede Partie von der alten Firebeest. Sie haben seine Blut, seine Fire, seine Stilte Flesh. Sie haben sogar seine Scream. Und sie haben das Auto da. Und ein Millionen andere Dinge. Including Musik. Fucking beautiful Musik, man. Und wenn sie zu den heavensen kamen, und sie wurden die Gäste, sie haben sie hinterlegt. Wie machen die Fahrzeuge, die ganze Sache. die ganze Sache. Du denkst du jemanden? Pfff, nein. Bunchen von wankers. No-one figured out any of it. Until du, whoever du bist. So, du musst du etwas wertvolle der Gäste, ich glaube. So, listen. If you do something that pleases the gods, they might reward you. With a fire tribute. When they paid you enough tributes, come see me. I'll share some more secrets of metal with you. Like how to turn that little beast you got over there into a real monster. Among other things. Got it? Yeah. Und wir haben das geilste Upgrade im Spiel bekommen. Den Mund des Metal. Dafür, dass du den heiligen Teufel an den Ort seiner Erschaffung zurückgebracht hast, haben dich die Titanen mit dem Mund des Metal belohnt. Jetzt begleitet dich das Lied der Titanen, wohin auch immer du gehst. Drücke mit P, um ihn individuell anzupassen, nach oben, um ihn ein- oder auszuschalten, warum auch immer man das tun sollte. Und nach links oder rechts, um den nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Ja. Die Gäste haben mir bereits die Tribute bezahlt, also vielleicht können wir jetzt über die Erschaffung sprechen. Bist du nicht der verrückte Kerl? Okay. Ja, take care of you, Carl. Ja, hier haben wir noch nichts bei den Teufel Upgrades. Wir haben... Now, these are a lot bigger than they look. Okay. Eddie Rex und General Lionwhite haben wir bereits. Äh, bei Mount Rockmore. Äh, keine Ahnung wer Rasputin und Tim sind. Äh, nehmen wir einfach mal mit, kostet ja nix. Ich habe ein paar Geräte, die ich dir zeigen kann. Okay. Feuerackert und Powerslide kosten noch zu viel, von daher uninteressant. Ah, das Black Metal Outfit. Trauer in diesem düsteren Outfit um die Seelen jener, die dem Meer der schwarzen Tränen zum Opfer gefallen sind. Warum auch immer man das jetzt schon bekommt, weil das Meer der schwarzen Tränen ist etwas, was erst viel später einen Sinn hat. Aber nein. Nehmen wir einfach mal mit und... Äh, wir bleiben noch beim Original. Später kommen wir mal wechseln. Axt für ihn. Ein Geschenk der Feuerbestier an die Ersten. Oder halt der ganz normale. Komm, wir nehmen die Klinge Ormogodins schon. Gefällt mir einfach persönlich deutlich besser als die hier. So, Gitarrenbrei. Genau. Deine durchschnittlichen alltäglichen Gitarrenseiten. Aus der Zukunft. Oder der Liebesbote. Okay, die nächste Band hat mich gebeten folgendes zu verlesen. Warnung. Diese Gitarre verschießt heiße, reinste Liebe in so konzentrierter Form, dass sie fast jeden tötet, der sie empfängt. Ladies and Gentlemen. Der Liebesbote. Teenageous D. Ja. Ganz ehrlich, mir gefällt Clementine eigentlich besser, aber der Liebesbote ist halt einfach auch geil. Einfach ein geiles Easter Egg. So, Backpatches. Yeah. True. Das Double Fine Logo. Also der Entwickler. Einfach Ormogodin. Das Cabbage Boy Logo. Warum auch immer man das machen sollte. Zeig deine Unterstützung für die heißeste Tween Band der Welt. Ich werde jetzt hier keine Facecam anmachen und kotzen. Aber halt dich mit deinem Spott zurück. Die armen Kerle sind schließlich tot. Ups. Zu spät. Sorry. Ja. Ein klassisches eisernes Kreuz. Äh. Ja. Ein klassisches Metal-Symbol. Man merkt halt, das Spiel kommt aus den USA. Hier in Deutschland wäre man sofort Nazi damit. Aber komm. We got that. I'm a golden, weil original ist halt gar kein Patch und Kutte ohne Patch geht gar nicht. Selbst meine Kutte hat ein Patch und auch wirklich nur ein einziges, weil ich habe nur... Weil... Ich bin halt richtiger Metal-Head, ne? Ich habe nur eine Kutte und die haben mir meine Eltern als kleines Baby geschenkt. Da war halt nicht mehr Platz als für ein normales Patch. Nicht mal ein richtiges Backpatch, sondern einfach nur ein normales Patch. Da war das... War die Kutte schon... Äh... Ja. Da gab es da keine... Kein Platz mehr für mehr. Wir können die Scratches aus, wenn wir da sind. Naja. Motor-Feeling. Verspotte Fleetes, indem du seine Lackierung imitierst. Ja, den sehen wir später mal. Ähm... So kann er sie in ihrer ganzen Pracht bewundern, wenn du an ihm vorbei stehst. Naja. Der Standard? Ja. Klassische schwarze Flamme halt, ne? Naja. Oder der Psychomeister, genau das Richtige für Reisen tief ins Unterbewusstsein des Matters. Metal. Ganz ehrlich, mir gefällt der Standard von den dreien am besten. Deshalb bleiben wir noch bei dem. Dann haben wir noch zwei gesperrte Sachen. Das sind Waffen. Aber okay. Äh... jetzt noch eine Sache zu dem Dude hier. Und zwar dem Guardian of Metal. Wem es noch nicht aufgefallen ist. Der Kerl ist der Lord der Finsternis. Äh... Emperor Diviculus möchte diesen ja zerstören. Also den Metal. Und jetzt wird er gesprochen von Tim Curry. Also Diviculus. Aber original war geplant, ihn von Ronnie James Dio sprechen zu lassen. Und... das... Wie geil wär das denn? Ich mein, das wäre quasi ein Kampf... Doviculus, der den Metal zerstören möchte. Gegen den Guardian of Metal. Der einfach mal Ozzy Osbourne ist. Also... Ernsthaft! Das... Das muss doch jedem Metal hätten, einen ordentlichen Metal Gas muss geben. Äh... Ne... Einfach geil. Und... Das finde ich halt schon ein bisschen schade, dass wir... halt... Ja... Aber... Ich weiß nicht... Äh... Wahrscheinlich war Dio zu sehr damit beschäftigt, halt als... Englischer Ad... Äh... Sohn... Adoptivsohn eines Adeligen, die Menschheit in Angst und Schrecken zu versetzen. Bevor er dann in den Himmel aufstieg. Und ja, ich hab grad ordentlich JoJo's Pizza Adventure gespoilert, aber... Leute! Der Manga ist von 1984... Äh... Ne... 86... Äh... Ihr hattet jetzt wirklich mehr als genug Zeit, ne? Okay... Okay... Letztes Mal... Noch abwegiges Zeug labern... Und... Diese riesigen Fliecher, die da im Hintergrund... The Metal schmieden... Und... Das sind quasi Titanen, die zurückgelassen wurden hier unter der Erde für den Guardian of Metal... Und... Ja... Die Titanen waren halt richtige Titanen! Und... Nein! Da bringt's auch nix, die, äh... in den Nacken zu schneiden! Dafür sind die viel zu... Haben die... Einfach viel zu viel... Metal! Naja... Und jetzt verlassen wir den Guardian mal! Wait, was do I have to do for a fire tribute? Please, the fucking gods of Metal man! Figure it out! Right! Okay! I'll be back soon! Covered in Metal god love! Oh god! Ha-ха-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ehhh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Judas Priest... Ohh... Yee-ha-ha-ha-ha-ha... Ja, leider ist es so, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit diese geile Mucke, sondern nur, wenn wir in unserem Wagen sind, beziehungsweise bei dem in der Nähe sind. Übrigens, ich habe beim ersten Mal spielen enorm viel Zeit gebraucht, um mal zu checken, wie ich die Drachenhelden wieder befreien kann. Also ich muss das echt lange Zeit gestürmen. Ja, das ist einfach normales, verschüttetes Metal. Ja, kümmern wir uns später mal. Verschüttetes Metal, solange sie inaktiv sind, wird verschüttete Metal-Staten im Herzen umgebracht. Allerdings verraten die Teufelsdorn in ihrer Nähe ihre wahre Herkunft. Diese Relikte stammen aus dem Zeitalter der Titanen. Und sind, während sie mit Hilfe des Reliktjäger-Songs geboren, sind neue Songs für den Mund des Metals deines Teufels verfügbar. Ja. Ach komm, machen wir das auch noch schnell, dann muss ich ja auch. Und ja, wir haben uns schon einiges geiles freigeschaltet. Direkt mal in Manowar mit Dawn of the Battle. Megadeth. Mottly Crew. Mottly Crew. May kickstart my heart. Judas Priest. Amprix. Running Wild. Razer X. Motorhead. Saxxy. Bachi. Skeleton Witch. Diamond Head. Mikro... Der Michelle Chanker. 3 Inches of Blood. Nochmal Manowar. Ich find's einfach geil wie der erste, äh, wie die erste Band gleichzeitig die Letzte ist für diese Zweite. Testem. Slayer. Also go. Black Sabbath. No much to this beast. Slutback. Ah ja, komm. Angel Witch. Von Angel Witch. Angel Witch. Aus Angel Witch. Von Angel Witch. Das ist einfach nur Angel Witch. Okay. Jetzt. Oh. Das ist auch nochmal so eine Sache. Die werden wahrscheinlich die meisten selbst Metalheads nicht wissen. Aber der Song Angel Witch von der Band Angel Witch kam von ihrer ersten Band, äh, von ihrer ersten Album, halt Angel Witch. Und, ja, das kam 1900, äh, ich mein 1981 raus. Ich lieg falsch, deshalb nimmst du mich Angel Witch. Haha. Äh, ich find den Song so geil. Oh je. Batschi, Broccasand, Axel, Seventach, Motorhead, Riot, Gowenhoop, Corona, nicht zu wechseln mit Corona. Und Omen. Ach je. Also ihr seht schon. Richtig geile Songs. Insgesamt 107 Metal Songs. Plus 20 Songs, die für das Spiel gemacht wurden. Und wir haben erstmal 31 Prozent davon. Ah. Das macht so Spaß. Ernsthaft, warum mach ich hier ein Let's Play draus? Ich sollte die Klappe halten. Und einfach die Musik spielen lassen. Oder? Was meinst du? Naja. Und jetzt muss ich leider abwischen, weil... Mount Rockmore. Boah. Und zur Zeit nur die... Visage von General Lionwhite. Uah. Aber dagegen werden wir bald etwas unternehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Oh yeah. Das war unser erster Glühwürmchen-Sprung. Und ich dachte, du fassst dich hätten verkackt. Hm. Aber ich mach mal gut. Und ja, auch davon gibt's jede Menge. Bam. Ja. 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 Wart mal kurz. Schauen wir uns einfach mal Brutal Land so an, wie man's am besten schauen sollte. Achso. Das ist nur für die Klippe. Oh, schade. Aber... Komm schon. Sieht schon geil aus, oder? Sieht schon geil aus, oder? Ja. 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 Ich kann gut sein. Ja. Es ist auch irgendwie... Am besten mit den Rock. Ja, das ist kein luftvolles Spiel. Einfach hier rumcruisen und... Im Grunde reicht das ja schon für ein geiles Spiel, oder? Ich meine, richtig geile Musik und... Ja. Und Drachen befreien! Yeah! Und ja, ich weiß, ich habe euch nichts in diesem Part gezeigt oder irgendwie was Besonderes gesagt, aber... Okay. Ähm... Ja. Die Festung des Böösen. Ja wirklich, das ist General Lionwhites Festung. Die wir zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch stürmen müssen. Naja. Ähm... Moment kurz. Okay. Okay. Ah! Nein! Wollte ich doch nicht! Äh, kann ich leider nicht abfrischen. Ne. Okay! 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 Das ist jetzt natürlich einfach nur eine weitere Motorstube. Und... Und... Wir kommen immer an dem gleichen Punkt raus, wie wir durch die Fahrt gehen. Das ändert sich leider nicht. Was ist wichtig zu schade finden? Oh, ich hoffe es ist ein guter. Naja. Was hat uns das jetzt gebracht? Truppen sammeln. Rufe all deine Truppen, egal wie weit entfernt sie sind zu deiner aktuellen Position. Okay? Nett. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann gebrauchen können. Was zum... Was zum... Okay. Gut. Irgendwie schon... Schon komisch, was Accept da mit uns macht. Naja. Was haben wir hier? Und es ist... Ah, Flagge zurückrufen. Rufe die Sammelflagge zu deiner aktuellen Position. Ja. Ja. Kommen wir auch später zu. Kommen wir auch später zu. Drei weitere... Sachen. Okay. Okay. Oh. Ups. Yeah. Ups. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall... Zumindest von der Seite aus. Drei. Und da ist hierher wie... ähm. Nitro. Naja. Ich glaube wir dann jetzt schon... Ich würde dir eigentlich ganz gerne noch zeigen, was wir als erstes bekommen, wenn wir die zwei weiteren Drachen noch befreit haben. Aber ich glaube, dafür fehlt mir die Zeit, ne? Ja, schon über eine halbe Stunde. Ja, alle andere hören sich irgendwie ASMR an. Ich höre mir Slayer an, um mich zu entspannen. Raining Blood, yeah. Ne, ich weiß noch was. Ich weiß, wie ich diesen Part beende. Wieso hören sich die Elcher eigentlich an wie, äh, wie diese Viecher aus Star Wars? Ne, egal. Ja. Ja. In the beginning, all was darkness. That was how the First Ones preferred it, for they were so hideous that even they could not bear to look upon themselves. Then came the Fire Beast, a giant monster of flaming molten iron, who roared across the sky like an angry comet. His metal body burned so brightly, it illuminated the world and all its hateful creatures. He was Armagodon, cremator of the sky, and the First Ones loathed him because his light forced them to see themselves as they truly were. So they hid underground and dreamed of a day when they could murder the Fire Beast and rid the world of his light forever. Das, meine Freunde, sind die sogenannten Metal-Legenden. Und sie erzählen uns eben, was in dieser Welt geschah. Und, ja. Es ist einfach nur awesome. Also die Hintergrundgeschichte ist richtig geil und wird auch immer in diesem Stil erzählt, in diesen Legendenkugeln. Und, ja, ich finde, das ist einfach ein guter Abschluss. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gruß, Synas Fan.